Hallo und herzlich willkommen zu dem nächsten Video zu unserer verzauberten Herbstinsel hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute dekorieren wir Neusitz Garten. Sie bekommt einen kleinen Gemüsegarten mit einem kleinen Teig hinten dran und ich bin wirklich happy mit dem Ergebnis. Es sieht total schön aus. Ich habe sehr viele Herbst-Vipes bekommen, auch beim Aufbauen und Dekorieren und ich hoffe, euch gefällt es auch. Wenn ja, lasst mir doch gern einen Kommentar und ein Abo da. Darüber würde ich mich sehr freuen und wir sehen bzw. hören uns dann wieder zu meinem nächsten Video. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.